Für einen Tag einer Sauberkopf, da schmeiß ich alles hin, wenn ich einen Kessel von mir was, die Zeit für Stimmung, 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 die ich bin. Die norddänische Meisterin im Wischiwaschi. Du hast wohl einen Sprung in der Rille, was? Die Zähne von deinem Kamm haben aber auch Pardontose. So hörte sich das wenigstens vorhin an. Oh, ich bin ja auch noch nicht perfekt. Deswegen komm ich ja auch so gerne zu dir. Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Wenn du musikalisch bist, dann hast du bei mir Glück. Wer nicht musikalisch ist, der kommt bei mir nicht an. Wer nicht musikalisch ist, der ist für mich kein Mann. Ein bisschen Tra-la-la. Ein bisschen Heidi-Hi. Ein bisschen La-di-la. Das wär was für uns zwei. Wenn du musikalisch bist, dann bleibst du bei mir nicht an. Wenn du den Rhythmus hast, wer mir so imponiert. Oh boy, dann wirst du staunen, was passiert. Wenn du musikalisch bist, dann bleibst du bei mir nicht an. Wenn du musikalisch bist, dann bleib ich bei dir. Wenn du musikalisch bist, machst du dein Glück bei mir. Das war ein hübsches Pärchen aus einem Leinwand-Märchen von Gewalt und Zaster. Pony und Kleid, die trugen alte Kleider, das inspirierte Schneidergleis zum letzten Schrei. Es kamen bald noch andere Pärchen dazu und zeigten uns die gute alte Zeit. Was gestern war, ist heute der Klug. Heute ist ja fahrt beim Kommissar den Leichen. Die Haufen weiß verbleichen, fehlt das modische Know-how. Heute ist ja fahrt, wenn eine trübe Tasse in Jeans die Kreissparkasse mit dem Dietrich knackt. Das alles wirkt so nüchtern und so real, im Gegensatz zum alten Hollywood. Dort macht sich Böses doppelt so gut, ha, 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 ha. Modische Gags kommen heute durch Kinoprogramm zum Zug. Wer mit der Zeit gedeckt, der geht heute nur noch im Gags-B-Look. Wer Zaster macht und Monete, der heißt zur Imitation. Man wird zur Kasse gebeten, doch alle Stars vertreten als Hollywood-Kassenmarkt. Nehmen es dann kurz nur noch Konfektion. Wenn das so bleibt, dann kommt beim nächsten Turnus Als Modehits der Burnus zu uns. Untertitelung im Auftrag des ZDF ferns